Mein Name ist Henning und ich nehme euch mit auf unseren Roadtrip nach England. Moin! Wir haben es geschafft und wir sind quasi schon vor Ort. Wirke ist hier noch einfach mal durchgefahren. Nicht mal die Straßen haben uns geweckt und die Straßen hier sind richtig mies. Würdest du hier mit dem Autodack von Roni gerne? Nicht mal vielleicht. Ich fahre Range Rover, ich parke quer. Wir gehen jetzt noch mal kurz in die City. Wir werden dann noch mal Geld ziehen, weil bis jetzt hat keiner wirklich Bargeld. Und ja, uns mal anschauen was hier so abgeht in Skichester. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Wir laufen gerade mal ein bisschen rum, jetzt hat das mal jeder Geld abgehoben, das war auch so eine Sache für sich, so eine LTM Maschine, die sie im Prinzip nicht jede Karte haben nochmal festgestellt, außer eine Visa, da klappt es auf aller Fälle. Na finde ich gewonnen. Hallo. Guten Morgen, Sir. Guten Morgen. Wir gehen zum Ende des Autos und es ist eine Weiterentwicklung auf dieser Straße. Okay. Folle den Autos, oder folle den Bild zum Ende. Okay. Have a nice day. Bye. So, angekommen. Das heißt erstmal aufbauen, auspacken, duschen gehen und dann gehen wir aufs Festival. Bis gleich. So richtig ist Assis-Lomo. Jetzt warten wir bloß noch auf unserem Huddle-Bus und dann gehts direkt aufs Gelände. Hallo. So sieht es ja aus direkt am Eingang. So, wir sind jetzt gerade hier. Wie ihr sehen könnt, ist das eine Menge. Ja, wohin zuerst? Sehr, vielen Dank. Auch auf Buss Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020